Die Jungs hier im Start aus den Niederlanden mit der M30, Tiano von Plümmere. Aus Deutschland, Tiano mit der Eintrachterböhr, mit der 83, Wintler Kassietschen. Mit der Nummer 6 aus den Niederlanden, Malle Zanderle. Mit der Niederlande mit der 18, Jessie Enzengler. Mit der Nummer 18 aus Kölnke, Trich Franz. Mit der zweite Niederlande mit der Nummer 18, Alexander Elias Pötlich. Mit der Nummer 49 aus den Niederlanden, Trenthe Kaiser. Und ebenfalls Niederlande mit der Nummer 23, Jordi Simor. Und hier ist die Jungs für die Jungs. Die Jungs hier in der Niederlande mit der Niederlande mit der Niederlande. ando Gris Kruzzi.